Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Park 9 von der Star Wars Battlefront Beta. Ja, Part 10 ist ja mein Fazit dann, da sind wir dann nicht ingame, da schneide ich euch dann im Hintergrund ein bisschen was zusammen. Aber wir werden erstmal auf Collection gehen, das hier drauf. Schön. Die tun wir erstmal aus, was geht denn hier? Gut, die haben wir jetzt alle. So, wir haben die jetzt equippt, gehen auf Back, Back, auf Play. Und ich werde euch das dann alle so zusammenschneiden, wie es gerade am besten ist. Und wir gehen erstmal hier hin. Genau, dahin. Und in dem Fazitpart äußere ich mich dann dazu, wie ich das Spiel finde. Und all so ein Schissen habe ich euch ja schon in den anderen Parts erzählt, also mal sehen. Schneide ich das halt, alles was ich bis jetzt aufgenommen habe, schneide ich euch im Hintergrund ein bisschen zusammen. Dass ich ein bisschen Videomaterial habe, also ein bisschen Material habe, dass ich nicht nochmal extra einen aufnehmen muss. So. Easy. Okay, active. So. Partnerstart. Lass mich mal kurz hier drüber. Ich will mal wissen, wie die Waffe ist. Auf jeden Fall kannst du schon mal anvisieren. Du bist ein bisschen... Okay. Nein. Alter. Zwei Leute. N-n-n-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-deÄ. Was? Moa, komm. Nee, habe ich nicht gesehen. Unfair. so würde ich mal behaupten ich bin auf start so kommen hier noch lang oh man du wichser kämpfster kann ich auch na komm hätte ich mal eine granate geworfen alles kein problem einfach eine granate einfach eine granate ins face es macht ja wirklich kaum die mensch Kanade, Kanade Alter Nein Kann ich eigentlich noch um? Warte mal Easy Umgekauft So Okay Okay What the Du mieser wixer We've lost that part to the end of M We've lost that part to the end of M was wie der hat nicht an ich habe doch eigentlich drauf geschossen wieso egal egal erst mal wo kommen und hat so und ihr schätze beiseite das mit diesen zum auto in lassen wir mal nein 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 oh mein gott da hat das wappen nun schon mal alle warte ach da oben da kommst du drauf mit dem jetpack das ist ja auch sozial ok 45 meter da da woher wie wie haben wir wieder einen mitgenommen in den taug stehen werde ich von der entfernung mit der wo man nicht kommen also nicht dass ich jetzt wüsste ok ihr kriegt demnächst gleich die granate hin ja gut jetzt lohnt es ja auch nicht mehr die schade ich wollte weiterlaufen gut das beste was nicht für vor dem fazit den partner und wir waren wieder zwei weniger was ist ja los alles lutscher oder was alles lutscher lutscher von chopper shops gut die punkte es geht gut so wirklich punkte habe ich jetzt nicht bekommen muss man zusagen aber man spielt ja nicht mal gleich wäre schlimm danke dass ich die star wars battlefront beta gespielt haben keine ursache mache ich immer wieder gerne die ist auch geil so da würde ich jetzt sagen sehen wir uns im fazit part wieder bis dahin ne haut rein